Die Mehrheit glaubte, da kommt jemand, der es nicht kann. Eine mutig gewordene Frau, die was kann und was will. Ich bin in der DDR aufgewachsen. Wir können auch mal die Klappe halten. Ich hab mir auch oft mein Teil gedacht. Sie hat sich dieses affige, männlich-gockelnde gespart. Man hat sich gedacht, die zerstören sich schon selbst. Damit hat er sie recht. Die Königsmörderin. Ob es diesen Bruch so hat geben müssen? Er hatte einfach auch die Faxen dicke. Sie möchte Bundeskanzlerin werden. Ich glaube nicht, dass ein Mann diese politische Klugheit gehabt hätte. Eine der größten Schwächen, wenn es emotional wird. Nur Wochen später. Die große Freundin aller Flüchtlinge. Eine Überzeugungstäterin im positiven Sinn. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Das war eine große Beständigkeit. Aber die ganze Zeit auf Punkt. Beliebig anpassbar. Ich hatte nie das Gefühl, Angela Merkel zu kennen. An Enigme. In many ways. Sie kennen mich.